An der Uni kamen wir in eine Vorlesung und wir saßen da und der fing da vorne an, der kam mit so einem Aktenordner, so einem Ding hier, so einem Ordner kam der, legte das auf, hatte sich irgendwie so eine Büroklammer gesteckt, ich glaube Post-its gab es damals noch nicht, wo er letztes Mal die letzte Folie aufgelegt hatte und fing da nahtlos an weiterzumachen. Die nächste Folie aufzulegen, vorzulesen, die nächste Folie, da hat er ihn wieder reingesteckt, da in seine Klarsichttaschen, die nächste Folie aufgelegt und weiter vorgelesen. Und wir haben da immer gesessen und gesagt, wo ist der? Weißt du, wo der ist? Wir wussten alle nicht, wo der ist, wir hatten keine Struktur, der machte einfach nahtlos weiter. Ja, statt mal zu sagen, wir sind im Moment da und an der Stelle haben wir letztes Mal aufgehört, jetzt machen wir an der Stelle weiter. Wir haben da anderthalb Stunden gesessen für nix. Ja, Zeitdiebstahl. Wir brauchen eine Orientierung wo? Und das Wichtigste, was Sie tun können für eine mündliche Prüfung, ist sich diese Strukturen klarzumachen. Wenn Sie also in so einem Fach wie diesem hier eine mündliche Prüfung machen müssen, entweder freiwillig, um Ihre Note zu verbessern, oder weil Ihre schriftliche Leistung unter 50% liegt, dann können Sie das im mündlichen Ausgleich. Die Möglichkeit haben Sie und die nutzen Sie bitte auch, denn das ist gut möglich. Dann machen Sie sich viel mehr Strukturen klar, als inhaltlich das letzte perverse Detail zu studieren. Wo ist wichtiger als was, besonders in der mündlichen Prüfung. Denn der Prüfer kommt gar nicht in den 15 Minuten, die er da hat, kommt der gar nicht bis zur letzten abgedrehten Schraube von der Maschine. Ja, soweit kann der sich gar nicht mit Ihnen vorarbeiten. Der muss erst mal sagen, hören Sie mal, Finanzierung, um was geht es denn da eigentlich so? Und was haben wir denn da für Arten von Finanzierung? Ja, Außenfinanzierung und Innenfinanzierung. Und dann innerhalb der Außenfinanzierung haben wir wieder Unterpunkte. Und innerhalb der Unterpunkte haben wir weiter Unterpunkte. Und dann ist Schluss, dann ist 15 Minuten vorbei. Dann kann der gar nicht nach dem letzten perversen Detail fragen, weil er soweit gar nicht kommt. Ja, und kein Prüfer fängt an und sagt, hören Sie mal, statisch steht Investitionsrechnung, da gibt es auch folgendes Spezialproblem. Wenn Sonne und Mond gleichzeitig aufgehen und der Papstvater wird, was ist denn dann? Ja, das kommt so nicht vor. Ja, Struktur ist der Schluss. Also schauen wir uns dieses Schema so. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.